Der Studentenkuss wird heute übrigens noch nach Originalrezept hergestellt. Und zwar hier in der Schokolaterie Knösel, direkt neben dem Café. Hallo! Ach, da ist er ja schon. So sieht er aus, der Studentenkuss. Jetzt haben wir so viel darüber geredet, jetzt muss ich doch auch mal probieren, wie der schmeckt. Mmmh, lecker! Ja, das ist er ja schon. Ja, das ist er ja schon. Vielen Dank.